Gerichts-Show-Fans aufgepasst! Barbara Sallesch prägte jahrelang das deutsche Nachmittagsprogramm im TV, auf satt. Einst stellte sie sich in der Show-Richterin Barbara Sallesch fiktiven Prozessen und Strafverhandlungen und machte die TV-Prozesse berühmt. Vor zwölf Jahren wurde die Show abgesetzt und die letzte Folge ausgestrahlt, doch nun erlebt das Reality-Format ein Revival. Richterin Barbara Sallesch bekommt eine neue Show im Fernsehen. Gegenüber DWDL bestätigte der Sender RTL, zwei neue Formate in Auftrag gegeben zu haben. In der Mache befindet sich demnach unter anderem eine Show mit Barbara. Aber auch ein weiteres bekanntes Gesicht ist dabei. Ulrich Wetzel, der bei das Strafgericht die Juristenrolle übernahm, soll ebenfalls zurückkommen und in einem neuen Format erneut mitspielen. Der Sender folgt damit einem zuletzt ziemlich populären Trend, alte Shows wieder neu aufleben zu lassen. So bekamen schon die Unterhaltungs-Shows Geh aufs Ganze oder TV-Total ein Revival. Und auch Wetten, das feierte mit dem Comeback große Erfahrungen.